Der hat ja auch schon mal Sachen gemacht, was er auch immer jetzt nicht mehr gibt. Aber, aber, äh, selbst, hat die Moldellbau-Nachtung gesagt. Ja, nein, nein, nein! Ach, das ist ja so. Da ist ja so. Ach, das ist ja so. Aber, schien wir. Guck! Das wollen wir hier... So, wir machen heute ein ganzes Gewicht. Wir sind auch bei den Schiffen und die Regen vor. Aber das kennen wir ja, das wissen wir, wie das zu ertragen ist, das war dann die Frage, wie sonst ist das. Entführung, wurde festgehalten. Ja, ich glaube schon. Ja, ich glaube schon. Ich glaube schon. Ich glaube schon. Ich glaube schon. Ich glaube schon.